Herzlich willkommen, ihr lieben Kniften, zu einem weiteren Part Zelda Tears of Kingdom. Wir hatten jetzt gerade Besuch. Also der Part davor und jetzt. Ich weiß nicht, was wir jetzt gerade vorhaben. Das ist der Part, glaube ich, sieben. Nee, der... Okay, warte mal. Wir waren hier. Die Konsole war auch schon im Standby. Moment. Ach, genau. Genau, 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 genau. Hier, irgendwas bauen. Ja, hier, ich glaube, ich schmeiße jetzt erstmal weiter Zeug rein, dass wir noch was kriegen, oder? Scheißen, Rick. Ach, okay, deswegen waren wir hier. Ja, 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 okay. Und zwei davon. Mal gucken, was passiert. Ach so, kann man auch überspringen. Ja, wie beim Kochen. Gleiter, guck mal jetzt. Also es kommen immer irgendwie die Sachen, wenn wir was Neues entdecken, gibt es auch in den Dingern neue Sachen. Also wie dieser Gleiter hier. Den brauchen wir ja nicht. Wir müssen da unten hier irgendwas machen. Also. Ja, sind, glaube ich, auch. Wir müssen da hinten hin. Das heißt... Oh, ich sehe nichts. Ups, falsche Fähigkeit. Moment. Moment. Ich bin komplett raus. So. Wir nehmen jetzt diesen Gleiter... Wir nehmen jetzt diesen Gleiter und wir basteln uns... Ach, guck mal, da ist auch einer, der... So. Aber der braucht... So. Oh, der gleitet einfach los. Okay, dann können wir ja mal sehen, wie der so abgeht. Oh, guck mal. Wie eine Schwach... Oh. Ähm, ja. Also, im Endeffekt brauchen wir gar nicht viel machen. Der gleitet einfach so. Geil. Ich will trotzdem was dran bauen. Flammenwerfer vorne. Warte mal. Flammen... Hä, Flammenwerfer nicht. Ach, das sieht cool aus. Keine. Ah, ich sollte nicht die Axt... Wir haben nicht mehr... Ach doch, wir haben wieder welche. Aber hier, wir sollten mal die rostigen Dinger verballern. Ich feiere immer noch das Schild. Nee, hier ist nichts. Weißt du, das ist... Das Problem noch so aus dem anderen Zelda. So Krok-Gedöns, weißt du? Dass man hier mal guckt, ob hier irgendwelche Kroks sind. Aber das ist Quatsch. Okay. Also, ich würde sagen... Ich baue einen Antrieb dran. Aber wie steuere ich das dann? Ach, guck mal. Kann man sich hier mit den Füßen drauf? Wahrscheinlich geht das dann vielleicht in der Luft. Nee, Moment. Äh, Start. Er hat doch auch gesagt, wenn du dich bewegst, dann hast du, äh, dann kann... Wenn du in der Mitte bist, balancierst du das Gleichgewicht aus. So, da haben wir zwei. Aber die muss ich ja dann oben drauf packen, richtig? Du könntest auch unten drunter, damit du hoch fliehst. Ja, das war eigentlich mein Plan, aber dann würden die hier nicht langrutschen. Ich will die irgendwie... Dann könntest du nicht nach vorne fliegen. Okay. Es könnte Probleme geben. Mal gucken. Ja, hier, 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 hier. Ich sehe es nicht richtig. Nee, nee, nee. So will ich es eigentlich nicht. Ich soll ja nach... Äh, vorne fliegen. Obwohl, das könnte klappen, oder? Dann zieht er nach oben. Nein, dann zieht er nach unten. Dann schwebt er nach unten. Ja, stimmt, du hast recht. Ich bin voll der Trottel. So. Du musst ihn so drehen, dass er schriegt ist. Ja, so. Es wird so was von... Ist doch egal, wird lustig. Na komm. So, und so will ich es da drüben auch. Das ganze Teil noch ein Stück höher. Du weißt was, wir legen es erstmal hier auf die Seite. Und jetzt holen wir dieses Teil. Ne, 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 ne. Na, das sieht doch aus wie ein Düsenjäger. Hakuna Matata. Scheiße. Scheiße. Das Eis wird kauen. Oder wird schmelzen. Oha. Scheiße, Batterie ist leer. Okay. Den Versuch will ich jetzt... Ach, ne. Den Versuch will ich jetzt einfach mal abtun in... Das war scheiße. Aber, was mich trotzdem interessiert... Wir lassen den nochmal hier liegen. Ob hier unter dem Eis irgendwas versteckt ist, weißt du? So, äh... Auch wo, so Koks und sowas. Weil du konntest es ja wegschmelzen. Wie schnell geht das bitte? Ja, das war nur der... Ach so, und deswegen war jetzt auch Strom für das Teil hier aufgebraucht, ne? Ja. Okay. Wir nehmen die mittlere Spur. Okay, ready? Ready. Das wird nichts. Ich seh's schon kaum. Äh, doch. Sieht gut aus. Ich kann gar nicht steuern. Hm. Gleich ist der Stoff alle. Ähm. Es läuft doch gut. Ja, irgendwie schon, ne? Könnte ich jetzt hier ins Wasser einfach springen. Nein, ich will sehen, was passiert, wo du... Nein, du... Oh, doch, doch. Ich hab doch gesagt, du kannst... Du kannst... Geschafft. Alter, geil, oder? Ich würde schon nach unten gehen, weil ich glaube... Da ist der Eingang, ne? Aber komm, sei mal ehrlich, war cool. Ja. Ja, ich sollte aber vielleicht nicht hier runterspringen. Das könnte... Schmerzhaft sein. Ins Wasser. Die Knapp. Aber war cool. Ich bin... Ich bin total begeistert. Was wir da entworfen haben, war... Spitze. Okay, das fand ich echt cool. Wir brauchen ein neues Flammenschild gleich. Unser Flammenschild ist alle. Also kaputt. Gleich. Ah, guck mal, das ist zu hoch. Kann ich so nicht rein. Ah, ne, warte, stopp. Stopp, 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 stopp. Ähm. Warte, was passiert, wenn du... Ja, ist wie ein Boot. Glaub uns auf... Bumm. Also es ist gut gelandet. Ey, das ist geil. So, guck mal, sind wir genau da vorne, wo wir hinwollten? Okay, das ist ziemlich cool. Ohne Scheiß. Ja, wenn das Flammenschild kaputt ist, dann ist es halt kaputt. Wir haben ja dann kein Schild mehr. Wir haben ja gerade nur das. Also ich bin, ich bin, was das angeht, ist schon ziemlich cool, ja. Es gibt ja so viele krasse Möglichkeiten. Vor allem, es ließ sich jetzt eben doch leichter steuern als gedacht. Also ich hätte hier auch noch schöner landen können. Also das ist eine coole Neuerung, oder? Du hast ja vorher gesagt, es wird blöd. Ja, was heißt, es wird blöd? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es so viel anders macht, aber es fühlt sich jetzt schon anders an. Das Einzige, was ich wirklich blöd finde, ist die Performance. Was heißt Performance? Ja, die Hardware, dass das Spiel so ein bisschen shitty läuft. Aber ich weiß, dass es Möglichkeiten gibt, die Switch ein bisschen zu übertakten. Vielleicht sollte man das mal machen. Weil wir benutzen sie ja nie im Handheld-Modus. Wir benutzen sie ja nur am Fernseher. Schreibt Zelda. Ist das hell, oder? Superarm. Ich dachte, sie sieht jetzt nicht mehr so schwarz, sondern sie wird jetzt schon richtig blau. Ich kann auch kein Schwein lesen. Japanische Schriftzeichen. Nee, das sind eigene. Ich glaube, das sind nicht japanische Schriftzeichen. Die haben ja ihre eigene Schrift in Hyrule da. Weißt du? Keine Sorge, du hörst nichts. Was? Du hörst gerade nichts, da ist gerade nichts. Weil du gerade so... Hä? Hä? Immer noch gammelarm. Zeitumkehr. Mit dieser Fähigkeit kannst du die Zeit zurückdrehen, um die Platzierung oder Bewegung eines Gegenstands umzukehren. Okay. Die Fähigkeit, die Bewegung eines Objektes rückgängig zu machen, man nennt dies Zeitumkehr. Und Zelda ist verschwunden. Auch ich verstehe nicht, was genau hier passiert ist. Womöglich war es ein Echo ihres starken Willens. Oder Echo. Aber ich bin mir sicher, dass du diese Fähigkeit nicht ohne Grund erhalten hast. Das ist das, was man in dem Trailer gesehen hat mit den Steinen, dass die auf einmal hochfliegen. Ob man sich da draufsetzen kann. Ja. Aha. Was zum... Ach, Mann. So, dann kann ich jetzt hier schneller... Ach, hier kann ich dann auch. Ach, nee, Quatsch. Und zack, ist wieder aufgelöst. Okay. Genau die gleiche Schille wie vorhin. Ach, und jetzt kannst du damit. Hey, Papa, du kannst... Was denn? Du kannst es doch hier zurück. Hier, noch ein bisschen. Gibt's da was? Da was. Shit, da kann ich nicht hoch. Äh, beenden. Scheiße. Das war schon gut. Das zu beenden. Ja, 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 ja. Das andere wäre Blödsinn gewesen. Ah, hier wieder so eine Dingsfigur. Wenn er mir beten kann, um mehr Leben zu kriegen. Was würdest du nehmen? Äh, Ausdauer erstmal. Leben, Leben ist mir nicht so wichtig. Ich habe, glaube ich, als ich einen Ring komplett hatte, dann habe ich erst ein Leben wieder gemacht. Was hat sie... Scheiße, ich habe nicht gelesen. Die Statue Göttin zeigt ein mildes Lächeln. Ach, mehr nicht. Mehr nicht. Öffnen. Scheiße. Kann ich nicht öffnen. Lebenskraft auf die Probe. In einem geschwächten Zustand ist es fraglich, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Es existiert aber noch ein weiterer Schrein auf dieser Insel. Wenn du seinen Segen erlangst, könnte es genügen. Ah. Jeder Schrein hütet ein Segenslicht. Wenn du diesen sammelst und der Göttin darbietest, wirst du womöglich gesegnet. Ja, ich könnte natürlich auch mit Nahrung mich rüberpushen über die Null, ne? Aber wir haben noch nichts mit Maxi gedöhnt. Bitte zeig mir dein purer Pad. Warum ist er jetzt nass? Das purer Pad verfügt über eine Teleportfunktion. Aha. Ach, jetzt kommen wir wieder zurück an unsere Stelle, wo wir angefangen haben. Ja, und jetzt können wir es endlich machen. Ja, nutze die Teleportfunktion, um den verbleibenden Schrein zu finden. Alles klar. Ey, cool. Endlich eine Teleportation. Sehr gut. Äh, Karte. Raum des Erwachens. Das war das. Und da ging das ja auch verkehrt rum. Können wir da auch hoch. Nicht gut. Ich hoffe, dass wir die Tage nochmal Zeit haben zum Spiel. Ich will, ne, weil wir bald auch Schluss machen. Warte. Was soll da? Guck mal. Jetzt habe ich ja die Fähigkeiten. Hier machen wir als erstes den hier. So, zack, sind wir da oben. Naja, verlasse. So, und dann machen wir hier Zeitumkehr. Was ist das denn? Ach, zeigt einfach auch Karte von hier. Cool. Jetzt kann man was beenden. Stehst. Erst wollte ich noch rüber. Hätte ich beendet, hätte das sich ja wieder andersrum gedreht. Ach, ne. Das dreht ja dann gleich. Es geht ja nur um das eine Objekt, richtig? Okay. Hier ist ein. Schön. Warte, da ist noch einer da mit dir reden. Das ist ja immer was Cooles zu erzählen. Ja, moin. Autsch. Dies ist eine Batterie-Maschine. Wenn ich Zusatzbatterien für dich herstellen soll, gib mir Sonarkristalle. Ja, möchte ich. Zehn Stück habe ich. Oh. Hundert Stück. Kehre zurück, wenn du über die erforderliche Anzahl verfügst. Wenn sie sind nah zu. Schöpfe, womöglich reichen sie nicht für den Bau einer einzigen Zusatzbatterie. Musst du den fernen Tiefen des Landes suchen. Bla. Okay. Also, der macht Batterien. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Dann kann man länger fliegen, weißt du? Aber vermutlich denke ich gerade noch an den Gleiter, ne? Wäre es vielleicht sogar fast egal gewesen, wo ich die Dinger anbringe, dadurch, dass ich das austariere. Gut, hätte ich es so oben draufgepackt, hast recht, geht es runter. Da hätte ich nur weiter nach vorne gehen müssen. Keine Ahnung. Nur so eine Idee. Nee, dann... Oh krass. Machen wir gleich hoch, hm? Ja, da war ich... Ja, das war Blödsinn. Weil ich nicht abwarten konnte. Hey, hochklettern. Erst warten, bis es hier ist. Wohl, vielleicht nicht ganz, weil vielleicht reicht es dann wieder von der Zeit nicht, weißt du? Ach, keine Ahnung, wie wäre das denn? Da ist nichts runter. Ich müsste jetzt diesen Sprung machen, nur rückwärts. Das ist schon cool. Wieder Zeitumkehr. Gut, hier ist easy. Nimm mich mit. Nur Holzpfeile. Obwohl, was heißt nur? Ich bin wirklich froh über jeden Holzpfeil, den ich finde. Ja, weil damit kannst du jede Sache dir sozusagen, äh... Mit dem Pfeil kannst du... Du kannst ja auch neue Pfeile bauen. Sogar coolere. Kann ich neue Pfeile bauen? Äh, ich meine coolere Pfeile. Also nicht bauen, sondern... Ah. Hier muss ich es anhalten, ne? Immer, wenn es übereinander lappt. Äh. So, jetzt drehen sie mit. Du bist klug. Yo, yo, yo. Der war jetzt nicht so wild, der Move. Bärst du auch drauf gekommen? Nee. Wäre nicht zu sein, nee. Nee, sie mussten ja übereinander sein. Dennoch musste ja nur einer... Oh, Besucher dieses Bandschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Guck mal, es gibt keinen Eis-Zauber. Bis jetzt. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Das war nochmal der Eis. Ja, wo man so Blöcke... Das war doch in Breath of the Wild, wo du so Blöcke aus dem Wasser zaubert hast. Den gibt es nicht. Und dieses Stasis, äh... Wo du Sachen eingefroren hast und draufgehauen hast, damit sie dann wegflogen. Reinige meine Hand. Hat er. Ist heller geworden. Oder war es Einbildung? Einbildung. Einbildung. Bisheres Licht, äh... Wild über Siegel 3, strahlt ihr angenehm natürliches Licht, bla bla bla. Jetzt habe ich vier Stück, siehst du, es waren vier Stück, die man zu der Statue bringen musste. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Wo war das wohl bei Breath of the Wild auch? Nein, es waren immer fünf bei Breath of the Wild. Wo war... Weil hier brauchst du auch fünf Fähigkeiten. Nein, ich meine zu einer Statue, um ein neues Herz zu kriegen. Da brauchte man fünf. Auch fünf? Ich weiß das nicht. Weiß das Schlimme ist, ich sag, wir haben es letztes Jahr durchgespielt. Ähm, andere Leute haben das vor sechs Jahren durchgespielt. Und, äh... Haben sich jetzt, also sechs Jahre lang, sieben Jahre lang drauf gefreut, dass ein neues Spiel kommt. Wir hatten jetzt nur ein Jahr, dass wir drauf warten mussten, dass ein neues Spiel kommt. Jetzt wird es dann für uns auch ewig lange dauern, bis was Neues kommt. Obwohl... Ich weiß gar nicht, ob so ein klassisches Zelda mir besser gefällt. Ah, guck mal. Wieder was zum Abpreisen hier. Hier möchte ich aber Flammenwerfer einmal vorne hin. Nein. Das verbraucht doch viel zu viel Batterie. Ja. Vielleicht reicht auch einfach ein Krippeller. Oder gar keiner. Da ist der Drache. Da gebe ich gleich eine. Guck mal, da unten ist ein Vulkan und so. Weißt du noch, äh, wo wir mit, äh, Blitzpfeilen auf den Geschossen haben? Ja. Und? Also weiß ich noch, ja? Auf den Drachen. Um die Schuppen zu kriegen. Also wenn ich hier schon auf diesem hohen Ding bin, dann will ich das auch mir angucken. Wenn es mir irgendwas cooles gibt. Warte, versuch das mal umzukehren. Vielleicht geht das. Also du meinst, bevor es gestorben ist. Nee, geht nicht. Das ist auch nicht gestorben. Bevor es umgefallen ist. Ja. Kann man auch nicht aufheben. Nee, kann man nicht. So ein riesen, so ein riesen Baum. Jupp. Ja. Nee, da ist noch ein größerer Baum. Das sind Pilz. Was passiert, wenn du eine Axt oder so mit einem riesen Baum zusammentust? Das wird mich mal... Also mit einem Baumstamm, wenn der da liegt. Ja. Oh. Mal testen, oder was? Ja. Erstmal öffnen wir. Drei Gleiter. Gut, die gibt es jetzt anscheinend. Die sind am Meer. Oh, ja, komm. Ah. Ich kann so schlecht mit dem Cotcola. Aber mit dem Nachjustieren geht es einigermaßen. Komm her, komm her, komm her. Ah, da war ich schon auf dem Schädel. Ah, schade. Warte. Brenn ihm den Arsch ab. Brenn ihn den Arsch ab. Nee, der Vorteil war ja bei angebrannten Wild, dann ist es gleich gebrannt. Ja. Außer als auf dem Bodenfeuer war, dann war es verbrannt. Komplett und man konnte es nicht mehr essen. War nicht auch so, dass man... Und dann hier einmal die Käfer. Da. Die waren auch so schwer zu kriegen, diese Ausdauerdinger. Die kannst du doch auch mit bei Essen und so reintun. Ja. Oh Gott. Alles vergessen. Herrlich. Ich habe das alles vergessen. Ich auch. Komm ich da hoch. Ja, sollte er schaffen, ne? Auf einmal auf dem letzten Meter. Nee, komm. Dafür hat er jetzt schon zu wenig verbraucht. Ich habe auch das Gefühl, der kann länger klettern. Kann ich mir aber auch einbilden. Ja, er kann länger klettern, wenn du ihn hochklettern lässt. Ja, dann lass du ihn so. Untersuchen. Hä? Was habe ich gemacht? Ich habe nur draufgehauen. Ist die Switch aus der Station hoch? Ja, so. Boah, doch wieder so versteckte Dreckskrok-Samen. Ich kriege zu viel, ey. Ich hasse den Kack. Na gut. Aber geschafft. Kannst du meinen... Ach. Ach. Ja, wir können ja nicht... Ne, da ist Feuer. Wir können ja jetzt leider nicht los... Äh, warum... Der Pfeil brennt noch. So, wir holen jetzt ab hier. Ach so. Baum fällen. Soll ich mal so einen großen fällen? Ja. Schade, dass man nicht sieht, wie kaputt die Dinger schon sind. Das hätten sie ruhig mal machen können. Geht nicht. Ja. Aber so normale da. Ja. Nehmen wir den da mal. Weil du es testen willst mit der Axt. Ja. So, das heißt... Kombi. Schreibachs. Daran wurde schon etwas per Synthese. Geht nicht. Ach so, guck mal. Weil das ist nur ein Stein und ein Stab. Ah. Das ist schon Synthese. Okay. Oder mit einem Rossschwert. Rossschwert. Ähm. Ey, plus sechs. Ne, sechs. Also insgesamt jetzt sechs. Also... Hat ein Shot. Ein Shot. Das sieht aus, als wäre ein Marshmallow. Marshmallow. Ja. Ja. Okay. Schon witzig. Ding läuft mit dem Marshmallow. Ah, ne, Quatsch. Obwohl doch... Kann ich schon hinsetzen, ne? Hä, warum? Das ist die falsche... Ach, das ist die falsche... Ja, mein Gott. Nein, warte. Was passiert? Hä? Ähm. Wenn du ihn hier jetzt platzierst... Ja? Sag ihn einfach nur mal hin. Ja? Einfach fallen lassen. Ja. Jetzt mal die Zurückspulung. Oh nein. Oh shit. Oh shit. Ein nach drüben. Nein. Er kann gar nicht. So. Soll ich da jetzt einen Ventilator anbringen oder ohne? Ohne. Weil wir sind so hoch, ne? Lass mal versuchen. Eigentlich... Aber zum Tempel... Schon ein bisschen hoch. Ne, lieber mit. Oder platzier auch noch ein Ventilator da drunter, damit du hochfliegst. Also nur einen hinten und einen unten drunter, damit du hochfliegst. Ach so. Ach so. Mal... Moment. Eigentlich ist der schon perfekt genauso. Krass. Nur ein bisschen schräger. Der ist optimal. Und ein und drüben. Nee, reicht, reicht. Pass auf. Ich... Wegen dem Strom. Ah. Warte. Nimm den mit. Nimm den mit. Räut doch nicht. Dann hättest du ihm in der Luft fallen lassen. Oh, das geht nicht. Willst du mich ver... Oh. Was ist denn das? Wir haben Probleme. Houston. Wir haben ein Problem. Du kannst ihn doch zurücksetzen. Nein. Du stirbst. Du stirbst. Oh, falsche Taste. Hm? Wo ist das Flugzeug? Ja, wo ist das Flugzeug? Okay, das war nicht so klug, das da unterzupacken. Aber wir haben doch... Karte. Nein, Portier. Ich bitte noch einmal hoch. Dann muss ich direkt an den Schrein hoch. Weil das ja oben ist. Du willst noch einen Versuch starten von dem, was wir eben gemacht haben. Das war jetzt Punkt 4. Aber wieder aufgestürzt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das cool war oder nicht. So, wir sind schon bei 32 Minuten, aber den Flug nehmen wir jetzt noch mit. Ja. Sind beide wieder da. Zum Glück. Also. Wir werden auch mal sehen, was passiert von dem. Oh, ein großes. Oh Gott, ich hatte gerade voll das Brainless. Ging gerade nicht. Ich nehme nur ein. Oh, Mann. Jetzt, wenn ich nur gedrückt halten. So, verdammte Axt. Er fährt sich ja schon etwas weiter vorne, damit du nicht... Oder lass ihn schon nach vorne, äh... Fliegen. Hier. Und dann erst im Flug anschlagen. Klappt alles noch nicht so. Okay. Are you ready, kids? Ja, warte. Jetzt, schnell! Nein, schnell! Nein! Oh. Ah. Was für ein schöner Flug. Äh, er lädt sich doch gleich wieder auf. Wir schätzen... Okay, jetzt sehen wir es mit dem Dorn. Jetzt können wir ihn wieder anschalten. Sind wir auf der Karte? Okay. Alter. Ich will mal auf den Drachen draufschießen. Schaffst du das? Ja, aber ich habe noch kein Segel. Weißt du, sonst würde ich hier abspringen. Zu dem Hinfliegen. Ne? Also, über ihn gleiten, draufschießen. Weiter rüber. Du willst zum Vulkan? Ne. Ich will zu dem Tempel. So, Quatsch. Wir müssen ja auch jetzt runter, ne? Wir sind ja am Tempel. Verdammte Axt. Nicht sein Ernst! Nein. Never. Oh nein, 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 nein. Oh oh. Oh, oh. Äh. Ne, wir sterben trotzdem. Oh, shit. Ärgerlich. Okay, noch einen Flug machen wir jetzt nicht. Wir teleportieren uns dahin. Ja. Obwohl... Ach, komm, ein Flug noch. Wir brauchen ja gar keinen Antrieb, das haben wir ja gerade gesehen. Er fliegt ja schon von alleine. Jupp. Ja, Mann, da machen wir... Also, wir wollen ja jetzt nur noch zum Tempel und dann... Da unten ist er doch. Hä? Warum waren wir denn dann so lange unterwegs? Da unten ist der Tempel. Kann ich da nicht einfach runterspringen? Kurzflug. Nein, ich würde es nicht... Auf einmal bist du so kurz vorm Stern. Ich würde es jetzt noch nicht machen. Aber ich sehe doch alles. Brennt da was? Waren wir da oben eigentlich auf dem Tempel drauf? Nein. Jetzt aber. Oh nein. Das wird... Oh, noch nicht. Geh mal auf den Platz. Was passiert? Ja, ging gar nicht. Ging gerade nicht weiter rüber. So, meine lieben Freunde. Damit endet dieser Part. Wälder. Tears of Kingdom. Ich wollte schon wieder Brace of the White sagen. Das ist irgendwie mehr drinne. Ja. Ja. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ich wünsche euch was. Haut rein und bis denne. Ciao, ciao.